Australien hat 20 von der Ukraine angeforderte Bushmaster-Panzerfahrzeuge auf den Weg in das Krisenland gebracht. Die 11 Tonnen schweren Truppentransporter, die Australien unter anderem in Afghanistan eingesetzt hatte, sollen ihre 10 Insassen vor Landminen und anderen Springkörpern schützen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte in den vergangenen Wochen bei einer Ansprache an das australische Parlament konkret um eine Lieferung von Bushmastern gebeten. Am Freitagmorgen Ortszeit wurden die ersten olivgrün gestrichenen Fahrzeuge auf dem Militärflughafen Amberley in Queensland in Transportflugzeuge verladen. Jeder der in den 1990er Jahren in Australien entwickelten Bushmaster Protected Mobility Vehicles kostet 2,45 Millionen australische Dollar, 1,7 Millionen Euro. Auf die Seiten der Fahrzeuge wurde jeweils die blau-gelbe ukrainische Nationalflagge mit dem Schriftzug United with Ukraine vereint mit der Ukraine gemalt. Die Bushmaster seien ein großer Gewinn für die Ukraine und sollten dazu beitragen, den Truppen Schutz zu bieten und die russischen Streitkräfte so schnell wie möglich zurückzudrängen, sagte Verteidigungsminister Peter Dutton dem Sender 9 News. Premierminister Scott Morrison hatte Selenskyj die Lieferung bereits am Tag nach dessen Ansprache zugesagt, jedoch offengelassen, wann die Panzerfahrzeuge ausgeflogen werden sollten. Australien hat bereits große Mengen an militärische Ausrüstung in die Ukraine geschickt und viele Sanktionen verhängt.